Yo Leute was geht ab? Ihr fragt euch sicher, wieso kam mittwochs kein Video? Ich gammel hier nebenbei auf der Couch und so, ne? Und ja, wieso kam kein mittwochs Vlog Video? Kann ich euch sagen, und zwar, wollen wir einkaufen. Und wie das Ganze ausgesehen hat, seht ihr jetzt. YOLO! Kratzer heißt einkaufen mit Mucca, oder? Wie geht das nochmal? Einfach greifen und draufschmeißen war das. Montag! Mittwochs, ein bisschen Dollarschlag, für den Skytag, Bierpunner bis hoch, für den Samstag, Sonntag kommt ne Party, ich hab doch noch ein bisschen mehr. Dann nehmen wir mal hier so... Ja man, Classic Alter! Äh, Cassie ist nicht Classic. War, war noch ein bisschen Pfirsich, haben einfach zu wenig. So, das können wir noch eigentlich... Ich glaub... Wenn jetzt ziemlich viel Katze ist, ich glaub jetzt fehlt noch ein bisschen Wasser eigentlich so. Das haben wir hier. Die ist offen, die nehmen wir nicht. Hallo, da hat bestimmt einer reingespuckt oder so. Was sind das hier? 200 Stück. Sagen wir, für den nächsten Montag zum Festival so alles. Für bei der Arbeit. Für die Arbeit. Chef ist, Chef ist wieder krank, da kann man das machen. Mir war auch. Aber wir wollen, wir wollen, Doktor Blaine, wir wollen nicht zu viel einkaufen. Wir müssen dezent bleiben. Ja Leute, was geht ab? Wir haben hier ein bisschen Kratzeis gekauft. Und passend zum Kratzeis musst du ja auch ne schöne Tiefkühltruhe kaufen. Und da haben wir jetzt, äh, hier so ne kleine Liebherr, gefriertruhe. Bisschen schön zu öffnen, aber ich denk, da passt ordentlich eine Kratzeis rein. Vielleicht die ein oder andere Leiche auch noch. Leute, nehmt's Bescheid.